Ich habe eine Schwere nachgehabt jetzt nach dieser Niederlage und dass wir von diesem Wettkampf raus sind, das war ganz wichtig für mich. Ich kann mich nur bei unseren Fans und bei allem hier in dem Verein, auch meinen Mitspielern eine große Entschuldigung sagen. Ich weiß, das hilft nicht so viel jetzt momentan, aber trotzdem muss ich sagen, dass es mir sehr leid tut und ich versuche, alles von mir zu geben, dass wir das nächste Spiel zu gewinnen.